Wir haben in ihn investiert, aber nur in die inneren Werte. Denn Lack und Chrom dieses Mercedes SL von 1984 sind in unfassbar gutem Zustand. Der Vorbesitzer aus dem mittleren Westen der USA muss diesen Wagen förmlich in Watte gepackt haben. Knapp über 100.000 Kilometer hat der Achtzylinder hinter sich und das in einer Region mit oft feuchtem Wetter und Straßen voller Streusalz in den langen Wintern. Anzusehen ist ihm das nicht im geringsten und davon können Sie sich gerne überzeugen. Schauen Sie ihn sich an in unserem Showroom, mit der Lupe von uns aus oder auf der Hebebühne. An diesem SL gibt es nicht das geringste Eckchen, das der Vorbesitzer bei seiner Wagenpflege vernachlässigt hätte. Und jetzt sucht dieser Wagen einen neuen Besitzer. Hoffentlich einen, der ihn genauso schön über die nächsten 35 Jahre bringt wie bisher.